Ich habe Tierarzt in Europa studiert, aber ich habe mich in Alto Mayo spezialisiert. Die ganzen Tiere und die verschiedenen Arbeiten. Prinzipiell war es sehr hart. Jeder Patient war eine große Herausforderung. Aber trotzdem habe ich mich dieser Herausforderung bestellt. Wir haben große Arbeiten. In Alto Mayo, die Natur hat eine große Werteilung. Por eso, unser Café auch. Prueba Alto Mayo tostado und molido. Café Alto Mayo, der natural ist der Café.